Geschichten für die Seele Wie sieht ein Elefant aus? In einem kleinen Dorf in Indien lebten einmal vier blinde Brüder. Eines Tages wurde ein Elefant in das Dorf gebracht. Die Brüder hörten davon und wollten das Tier unbedingt kennenlernen. Ein Freund führte sie zu dem Elefanten und da sie nicht sehen konnten, tasteten sie das Tier mit den Händen ab. Es fügte sich, dass einer der Blinden ein Bein des Elefanten zu fassen bekam, der zweite den Bauch, der dritte eines der großen Ohren und der vierte den Russel. Es war ein großes Erlebnis für sie, denn jeder hatte etwas von der Mächtigkeit des Tieres empfunden. Als sie nun nachdenklich wieder nach Hause gingen, fragte sie ihr Begleiter, Nun, wie findet ihr den Elefanten? Oh, er ist wie eine Säule, an die man sich anlehnen kann, sagte der erste. Nein, er ist wie ein riesiges Fass, meinte der zweite. Das finde ich gar nicht. Er ist wie ein großer, mächtiger Fächer, widersprach der dritte. Und der vierte sagte ärgerlich, das ist ja alles nicht wahr. Der Elefant ist wie ein dickes, kräftiges Seil, an dem man schwere Lasten hochziehen kann. Es entstand ein Streit zwischen den Brüdern, denn jeder beharrte auf seine Wahrheit. Haltet ein, unterbrach sie schließlich, ihr Freund. Jeder von euch hat recht, aber nur zum Teil. Ich will es euch erklären, warum jeder von euch den Elefanten anders wahrgenommen hat, denn ich konnte ihn sehen. Seine Beine sind es, die wie Säulen sind, und sein Bauch ist wie ein großes Fass. Was sich wie ein Fächer anfühlte, war eines seiner Ohren, und das dicke Seil war sein Rüssel. Jeder von euch hat nur einen Teil des Ganzen berührt, und es gibt keinen Grund, sich deswegen in die Haare zu geraten.